Leo, der neugierige Lastwagen Hier fährt ein kleiner Laster. Das ist Leo Junior. Oh, was ist denn das? Dieser Baum ist ja weiß. Er sieht aus wie ein Apfelbaum. Wir können ihn hier anmalen. Und hier sind die Farben. Welche Farben brauchen wir für den Apfelbaum? Grün. Grün. Braun. braun gelb rot blau 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 grün denn Blätter sind grün gut gemacht weiter geht's Leo Junior gelb manche der Äpfel sind gelb blau blau können Äpfel denn blau sein Leo nein welche Farbe brauchen wir rot rot für die Reifenäpfel gut gemacht Leo was für ein schöner Apfelbaum gelb blau 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 blau